Hi Freunde, willkommen zurück hier in Krux. Krux, Krux, Krux. Einfach nur Krux. Kackelkrux. Oder so. Egal. Wir müssten jetzt auf jeden Fall hier Dinda nicht ausschalten. Den können wir nicht. Aber Dinda. Ganz, ganz wichtig. Sonst sind wir am Arschi, Leini. Ganz, ganz, ganz auch am Arschi. Weil, hehehehe. Naja, egal. So ist es eben. Forschungsberichte, wo sind die denn? Da. So. Der geht jetzt darüber, der geht dann weg. Ähm, da. So. Dann laufe ich schnell da rüber. Oh, scheiße. Die Kamera muss auch noch ausgemacht werden. Wo ist denn der Arschi? Da. Wow, was für eine Konstruktion. Sind das so Feldzerstörungsdinger? Wie in diesem Film? Nein, echte Laser sind viel harmloser. Die erzeugen ja nur einen Lichtstrahl. Wieder so eine Erfindung, die niemand gebrauchen kann. Hm. Aber verdammt groß sind sie schon. So, Dinda auch noch darüber. Und du gehst da runter, Winger. Nee. Du Sau gehst da runter. So. Immer feste Truff. Alles klar? Jetzt kommt der erst noch. Ich glaube, wir müssten einmal im Kreis rum. Hat er da rein? Hm. Okay. Puh. Oh, nee. Da kommen wir aber doch. Glück gehabt. Können wir auch da hinten durch. Hm. Lass mal gleich sehen, ob das klappt. Oh, nee. Jetzt will ich... Wacht da Pisse auf. Verdammt richtig. Pff. Oh, verfickte Scheiße. Geht's gleich weiter. So. Gibt es ein Schloss zu knacken? Ziehen wir's durch. Was sind die jetzt? Da. Ja, ja. Immer feste Truff. Ja. Ja. Ach, ne. Och, nö. Gleich wieder Spielladen. Brinkt eh nix. Mal gucken, ob das so ein richtiger Spielstand ist. Ich hoffe mal, nö, natürlich nicht. Der da vielleicht, ich glaube, schon eher. Ja, gut, alle raus da. Die Tür macht auf, okay, du gehst auch noch da hin. Und als nächstes du das gehst, ach scheiße, geht ja schon da runter. Nein! Oh man. Ja, du soß, du dumme Sau, du blöde, verblödete, meine Fresse, alter, scheiße. Was ist der Plan? Ich zeige dir, was bin wehlich heißt. Gehen wir es an. Ziehen wir es durch. Alles klar? Verdammt richtig. Abgefahren. Auf geht's. Ja, ja. 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 Ach. Ach. Der wandert ja nirgends rum, also. Und der dreht sich auch in die richtige Richtung. Gut. Dann wäre der auch schon mal weg. Blöde, der Krüppelarsch. So, was machen wir jetzt da? Am besten gar nichts. Die zwei. Die Kamera, machen wir da drin. Kann nicht betreibt werden. Wieso ich das machen, wenn der nicht betreibt werden kann? Naja, ich hab noch das da. Hm. Wird man sehen. Angekommen. So, was wollte ich jetzt machen? Achso. Ich zeig euch, was bin wehlich heißt. Gibt es ein Schloss zu knacken? Ja. Gasfalle verbessern. Hm. Oh, scheiße. Einsatzbereit. Krüppeliger Arsch. Kunzliger Arsch. Ziehen wir's durch. Was ist der Plan? Hättest du gern? Ja, hätt ich gern. So. Ist nur noch da irgendwie rein. Und wieder raus. Und wieder rein. Und wieder raus. Oder so ähnlich. Oh, Mann. Scheißdreck. Wie soll ich das machen? Na ja, der läuft darüber, dann darüber und dann darüber. Derzeit, wo der von darüber läuft und darüber läuft, könnten wir das da geschwind mobsen. Und zwar mit dir. Ich warte noch mal. Ach, scheiße. Da muss sie ja erst noch. Ist das ein Schloss zu knacken? Ja, leider. Ich zeig euch, was beweglich heißt. Ja, wenn das so einfach wäre. Ja, muss das da auch noch am besten machen. Aber dann komme ich nicht mehr raus. Glaube ich. Hm. Könnte machbar sein. Oder wir gehen wieder... ...da rüber. Könnte ja auch machbar sein. Hm. Alles ist machbar. Hier, irgendwie. Oder auch nicht. Gehen wir es ab. Ähm. 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 Ach da. Ja, ja. So. Marschilochi. Okay. Besser nicht da entlang, sondern da entlang. Ja. Ach, lag nicht. Schweißleck. So. Güüüüüüd. Ach, Scheisse. So, wir haben es gleich geschafft. Alter, alter, alter. Oder? Ich glaube schon. Ich muss wieder patrouillieren. Der Drecksack schon wieder. Ja. Jo. Was ist der Plan? Abgefahren. Einsatzbereit. Technikerbereit. Ziehen wir es durch. So. Komm, verpiss dich. Arschloch. Gut. Alter. Alter, bin ich froh. Oh, meine Fresse. Alter. Wow, 39.000 haben wir bekommen. Trotz der ganzen Scheiße da. Bischof, Safeknacker, Lobkowiczki, Sendeschluss und dann noch eine verbesserte Gasverlegung. Meine Güte, dieser Lunarstein ist ein verdammt potentes Teil. Was heißt das? Wenn man einen Laser darauf richtet, verändert er die Frequenz der optischen Wellen zu einem wirklich, wirklich irritierenden Muster. Mit einem Laser. Wahnsinn. Sobald die verzerrten Wellen auf ein Objekt treffen, beginnt es zu vibrieren. Je stärker der Laser, desto größer die Vibration. Yeah. Unser Lunarstein lässt die Wände wackeln. Wenn du genügend Saft dahinter packst, dann lässt er sie sogar einstürzen. Also so richtig, meine ich. Wahnsinn. Genügend Saft. Das heißt, radioaktives Material? In kleinen Mengen? Mit einer einfachen Anlage? Definitiv. Und in großen Mengen? Mit einer Monsteranlage? Auf die richtige Stelle gerichtet? Ja. Ein massives Erdbeben kann Murray damit hinkriegen. Stärke 5? Ja, 9. Eine echte Weltzerstörungsmaschine. Wahnsinn. Rufus? Ja? Halt die Klappe. Ich bin froh, dass ich die Scheiße jetzt geschafft habe. Und da kommt schon die nächste mit der... Alter. Und ich muss da auch noch was. Ich will direkt dahin und dann... Nix mehr. Alter, Mann. Naja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann... Ja, dann gehen wir zu Donnie Silverman Johnson. Dem Kunstfilmproduzenten. Okay, bis dann. Tschüssi.